In diesem Video geht es um die besten Powerline-Adapter. Der Qualitätssieger in unserem Powerline-Adapter-Test geht an den Fritz Powerline 1260e. Fritz Powerline 1260e WLAN-Set macht aus jeder Steckdose einen schnellen Gigabit-Netzwerk-Anschluss. Powerline von bis zu 1200 Megabits und neueste 2x2 MIMO-Technologie erzielen robustere Verbindungen und höhere Datendurchsätze. Zusätzlich ist ein WLAN-Access-Point mit bis zu 1266 Megabit pro Sekunde integriert. Das Fritz Powerline 1260e WLAN-Set verbindet netzwerkfähige Geräte wie Computer, Fernseher oder Spielekonsolen zuverlässig auch über große Entfernungen im Heimnetz über ultraschnelles Gigabit-LAN. Fritz Powerline 1260e WLAN-Set eignet sich ideal für breitbandintensive Netzwerkanwendungen, wie das Übertragen von HD-Videos sowie Online-Gaming, NAS-Anbindung und Video-On-Demand. Eine Vorverschlüsselung ab Werk ermöglicht die sofortige, sichere Inbetriebnahme. Sobald Fritz Powerline in die jeweiligen Steckdosen gesteckt und per LAN-Kabel mit der Fritz-Box sowie den zu vernetzenden Geräten verbunden wird, ist das Powerline-Netzwerk mit Verschlüsselung hergestellt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das TP-Link PA8030P. Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in welchem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Der TLPA8030P unterstützt den neuen Powerline-Standard mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Megabit pro Sekunde und eignet sich damit ideal auch für HD3D 4K-Videostreaming. Der TLPA8030P nutzt alle drei Leitungen in ihrem Stromkreis, um parallele Datenströme bereitzustellen. Phase, Neutral und Erde Die Gigabit LAN-Ports sorgen für einen schnellen Datentransfer und ermöglicht unterbrechungsfreies HD3D 4K-Videostreaming auf dem angeschlossenen Netzwerkgerät. Sie eignen sich auch hervorragend für den Anschluss weiterer Netzwerkgeräte. Die integrierte Steckdose erhält Ihnen den Steckplatz und ist insbesondere für Haushalte mit wenig freien Steckdosen zu empfehlen. Es geht Ihnen kein Steckplatz verloren. Dank 128-Bits-Erschlüsselung auf Knopfdruck werden Netzwerk und Daten unkompliziert und effektiv geschützt. Der TLPA8030P ist deutlich stromsparender als vergleichbare Modelle ohne diese Funktion. Die Alternative ist das TP-Link PA8030P. Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in welchem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Der TLPA8030P unterstützt den neuen Powerline-Standard mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Megabit pro Sekunde und eignet sich damit ideal auch für HD3D 4K-Videostreaming. Der TLPA8030P nutzt alle drei Leitungen in Ihrem Stromkreis, um parallele Datenströme bereitzustellen. Phase, Neutral und Erde Die Gigabit-LAN-Ports sorgen für einen schnellen Datentransfer und ermöglicht unterbrechungsfreies HD3D 4K-Videostreaming auf dem angeschlossenen Netzwerkgerät. Sie eignen sich auch hervorragend für den Anschluss weiterer Netzwerkgeräte. Die integrierte Steckdose erhält Ihnen den Steckplatz und ist insbesondere für Haushalte mit wenig freien Steckdosen zu empfehlen. Es geht Ihnen kein Steckplatz verloren. Dank 128-Bits-Erschlüsselung auf Knopfdruck werden Netzwerk und Daten unkompliziert und effektiv geschützt. Der TLPA8030P ist deutlich stromsparender als vergleichbare Modelle ohne diese Funktion. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.